Abtrennung erfolgt, jetzt! Diese Glutstahlflüge gehören schon so gut wie uns. Vergessen wir da nicht etwas? Diese Auktion ist für die reichsten Supertypen der Galaxis. Keine Sorge, ich habe sogar an das noch so kleinste Detail gedacht. Bereit, Cordy? Ich meine Prinzessin. Ich bin royal bereit. Lasst uns loslegen. Ich bin kein Experte, aber ich glaube nicht, dass Prinzessinnen über ihre Kleider stolpern sollten. Das will ich jetzt nicht hören. Hey, zerkratz mir nicht den Lack, okay, Kumpel? Prinzessin Alo Cortessi von Solan. Ein Moment, eure Hoheit. Ihr seht nicht wie euer offizielles imperiales Profil aus, Prinzessin. Richtig, ich hatte heute keine Lust, dieses alte Gesicht zu tragen. Sie wissen schon, dass ich ein Claudite-Formwandler bin, oder? Oh, kein Problem, Prinzessin. Wenn ihr einfach nur kurz eure Gestalt eurem Profil angleichen... Entschuldigen Sie bitte? Haben Sie eine Ahnung, wie beleidigend das ist? Oh, naja, ich... Ich bin doch kein trainierter Massive, der zu ihrer Unterhaltung Kunststücke aufführt. Ich bin eine Claudite-Prinzessin. Ich verstehe euer Hoheit, aber... Sie verstehen offenbar gar nichts. Aber vielleicht kann es Ihnen ja mein enger Freund, der Imperator, erklären. Lassen Sie mich ihn kontaktieren. Verzeiht mir euer Hoheit. Bitte treten Sie ein. Bitte! Ja! Prinzessin Cortessi von Solan. Netter Versuch. Troupler, verhaften Sie die Betrügerin! Ja, Sir! Ich! Ah! 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 Ah!